Es ist Samstag, der 9. Oktober. Herzlich Willkommen zur News-Show von Volksblatt Online. Gleich zum Wetter. Es erwartet uns schönes Herbstwetter am Wochenende. Am Samstag sowie am Sonntag bleibt es sonnig und freundlich bei Höchstwerten von bis zu 19 Grad. Unsere Themen Aubergin mit Ablaufdatum, grünes Licht für Profilschulen und Herbstzeit ist gleich Erkältungszeit. SPES 1 ist in Lichtenstein seit März vergangenen Jahres Geschichte. Die Zukunft soll neue Sekundarschule heißen. Der große Unterschied, diese Bildungsreform beruht auf Freiwilligkeit. Die neue Sekundarschule soll dabei jedoch nicht SPES durch die Hintertür sein, erklärte Regierungsrat Hugo Quadra diese Woche. Das ist jetzt ein ganz flexibles System, wo man sich ein Projekt ansehen kann, einen Schulvorschlag anschauen kann und sagen, ob das überzeugt ist oder es überzeugt nicht. Und dann bewilligen oder nicht bewilligen. Es ist bei weitem nicht das, was SPES gewesen wäre. Es wäre wirklich ein Gesamtkonzept über alle Schulstandorte. Und das ist ein flexibles Variablesystem. Ebenfalls geplant, künftig soll es nicht nur nach der Primarschule, sondern auch nach der achten Schulstufe eine Beurteilung und Selektion der Schüler geben. Starten könnte die erste neue Sekundarschule laut Bildungsminister Quadra im Schuljahr 2013-2014. Die Zukunft der Marke Lichtenstein und somit der Farbe Aubergine wird immer wieder diskutiert. Wie diese Woche bekannt wurde, wird bereits an einem neuen Markenkonzept gearbeitet. Regierungschef Klaus Tschütscher näherte in dieser Woche die Spekulationen um die Zukunft der Marke Lichtenstein und somit auch um die viel diskutierte Farbe Aubergine. Die Haltung der Stiftung dazu, während des Zusammenführungsprozesses wird keine Markendiskussion geführt, erklärte der Geschäftsführer der Stiftung Image Lichtenstein, Michael Gattenhof, gegenüber dem Volksblatt. Dieser Prozess dauert noch an. Fakt ist aber, dass bereits an einem neuen Markenkonzept gearbeitet wird, wie Regierungschef Tschütscher erklärte. Konkretes nannte er aber bis dato nicht. Und jetzt kurz und knapp zusammengefasst die Themen der Woche in unseren Kurznews. Fertigstellung verzögert. Die alte Holzbrücke zwischen Badutz und Sevelin erstrahlt erst teilweise in neuem Glanz. Die Arbeiten werden rund einen Monat länger dauern als geplant. Die Brücke wird somit erst bis Ende November fertig sein. Lösung gefunden. Nach dem geschlossenen Rücktritt der Langläufer aus dem LSV und den danach folgenden Unstimmigkeiten, konnte nun eine Einigung erzielt werden. Die Athleten des Nordic-Clubs erhalten für die laufende Saison 2010-2011 einen befristeten Sonderkaderstatus des LSV. Kaffeemeister in Scharn, Peter Demmel, Besitzer der Kaffee-Rösterei Demmel-Kaffee in Scharn, nahm in Wien auf Schloss Schönbrunn an einem Wettbewerb teil und sicherte sich den Titel österreichischer Kaffeemeister 2010. Diese Auszeichnung ist für Café-Sommeliers die höchste Auszeichnung in Österreich. Besuch aus Aserbaidschan. Kalaf Kalafow, der Vize-Außenminister aus Aserbaidschan, weilte zu Besuch in Lichtenstein. In einer Unterredung mit Regierungsrätin Aurelia Frick wurden die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Lichtenstein und Aserbaidschan auf bilateraler und multilateraler Ebene gewürdigt. Wettertrupp-Bilanz. Vor allem das schlechte Wetter und der starke Franken haben den Hoteliers im Sommer die Bilanz verregnet. Verzeichnet wurde ein Rückgang der Nächtigungen, jedoch besuchten deutlich mehr Tagestouristen das Fürstentum. Zulauf ungebrochen. Am 6. Oktober konnte im Lichtenstein-Pavillon an der Expo in Shanghai der einmillionste Besucher gezählt werden. Die Chinesin Ai Ping Shen konnte diesen Titel staunend für sich in Anspruch nehmen. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Regierungschef Klaus Tschütscher nahm am Donnerstag an der offiziellen Eröffnung der 68. Olmer, der Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung in St. Gallenteil. Im Zentrum der Eröffnung stand die Ansprache von Bundespräsidentin Doris Leuthardt. Der Herbst ist da und bald schon werden mit ihm die üblichen Erkältungskrankheiten beginnen. Ein erhöhtes Aufkommen an Stirnhöhlenerkrankungen ist bereits schon jetzt in den einheimischen Arztpraxen zu verzeichnen. In der Praxis Dr. Andreas Weilich in Triesen treten schon seit einigen Wochen vermehrt Stirnhöhlenentzündungen auf. Schuld daran ist, wie so oft, das Wetter. Von einer Epidemie kann zwar nicht gesprochen werden, jedoch von einer sehr starken Häufung. Sie fangen an mit einer Art normalen Verkühlungsgefühl mit Halsweh, leichten Nasenlaufen, heilen aber typischerweise nicht aus, sondern nach einer Woche verschlimmern sie sich. Das Kopfweh kann zunehmen, es kommt ein Husten dazu, oft ein besonders lästiger Nachthusten, der nicht heilt. Es kommt dazu, dass man einen Druck zwischen den Augen hat. Man kann so einfach sagen, dass es einmal sehr schlecht heilende Verkühlungen sind, die sich über Wochen, Monate hinziehen und Menschen vereinzelt auch Jahre dann nicht wegbekommen. Geheilt werden können diese Entzündungen nur mit einer aufwendigen, meist längerfristigen Therapie. Auch Akupunktur kann in vielen Fällen helfen, die lästigen Entzündungen loszuwerden. Das war's von der News Show. Ich wünsche Ihnen ein schönes herbstliches Wochenende. Genießen Sie es und haben Sie es fein. Bis zum nächsten Mal.